Ein Wunderschön, ein Wunderschön. Willkommen zu einer weiteren Folge von Dings hier. Wie heißt das? Skydrift, ne? Und wir spielen Team Deathmatch zusammen mit dem Björn, der Janka. Achso, ja, hallo. Ja, Janka. Ich dachte, ich dachte jetzt hier einfach mal runter und dann sagt hier gemeinschaftlich fliegend, hallo. Achso, ja, das können wir machen. Ja, das geht zum Beispiel. Ja, jetzt kann ich gar nicht auf den anderen Monitor gucken. Äh, den Azaru und, äh, Ramses ist auch noch mit dabei, ne? Ne, ist nicht beruflich. Doch. Ach, der Meri ist nicht mehr da. Meri ist nicht mehr da. Achso. Haben wir schon Hallo gesagt jetzt? Nein, habt ihr nicht. Nein. Okay, dann drei, zwei, eins. Hallo. 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 Oh, voll verkackt. Hallo. Wer ist denn noch mal in meinem Team? Der, der Rote. Der hinter mir auf jeden Fall nicht. Ne, das ist Ramses. Ich bin's. Verdammt. Dieser Fox. Ach, ich glaube, ich spiele wieder außerhalb der Liga. Wieso? Warum? Ich gucke dir doch gerade zu. Ne. Ich, äh, ihr seid alle nicht bei mir. Warum nicht? Du hast uns doch eingeladen. Weil Buggy. Oh. Glaub ich nicht. Sollen wir uns mal irgendwo treffen? Die Map ist eigentlich cool. Ich mache die Map da eigentlich. Du bist, du hast ein Reparatursymbol, hast du, bei mir. Ich. Ich schaue dir gerade zu. Ich schaue dir gerade zu. Du schaust mir zu. Ja, du fliegst gerade durch den Torbogen. Aber ich habe, äh. Ja, genau. Aber ich sehe sonst niemanden. Musst du deine Klubsäugelchen aufmachen? Boah. Also ich bin jetzt genau in der Mitte. Ja, da sind sie alle. Verdammt. Ne, ich nicht. Ich bin gerade. Nicht mehr, ja. Da. Da, vor dir. Ramses. Nee, ich fahre gerade Richtung oben. Äh, nie. Das ist aber nicht gut, was du da machst, Björn. Boah. Nicht. Nee, ihr seid außerhalb der Map für mich. Ja klar, du machst den Platz los. Und ihr wart überall. Ich wollte dich gerade anschließen. Was ist das denn hier? Oh, ich glaube, ich habe Björn gefunden. Er ist auch da ganz oben. Ist ihn ganz oben in der Luft? Ich habe ihn angeschossen, aber ist das nicht, oder? Oh, mir wird gesagt, dreh um. Ich bin zu hoch geflogen. Jetzt bin ich gleich. Oh. Ich bin hinter Björn hergeflogen. Bei mir kommt der nämlich gerade zum Mond. Wo seid ihr denn jetzt alle? Das, Björn, haben wir vorbeigeflogen gerade eben. Also wenn ich Björns Ansicht habe, sehe ich uns auf jeden Fall. Tja, dann liegt es eindeutig an Björn. Es liegt an... Sag mal, komm ich nicht mehr durchdrückt. Doch, es liegt an dir. Akzeptier das jetzt. Nein. Jawoll. Okay, Ramses, das merke ich mir. Nein, das blaue Team geht in Führung. Ja. Martin, mach was. Tu das dagegen. Los, Björn. Zeig's. Dann fang du die Kugeln für mich an. Ich siehe niemanden. Immer noch nicht? Nee. Das war alles Ausrede. Ich glaube auch. Das ist wahrscheinlich der Schutz von dem Spiel, weil es 3 gegen 2 wäre. Und jetzt wurde Björn schon vorher ausgeschaltet. Nein, Janka, nichts runter. Ich wollte abschießen gerade. Uh, verdammt. Oh. Ich bin trotzdem gestorben. Aber das ging nicht zu meiner Punktekasse. Das stimmt. Mann, stirb doch. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Den Gewege man normalerweise nicht hört. Ey, stirb doch. Boah. Liebst du noch? Nee. Äh, doch, ja. Keine Ahnung, was mir da gerade angezeigt wird. Oh. Ramses hat dich repariert. Was machst du denn immer? Ich wollte gerade sagen, wie repariert er euch denn gegenseitig? Weiß ich nicht. Ich werde immer repariert. Keine Ahnung. Das ist ja gut, dass du das auch nicht wusstest. Er wollte eigentlich sich selber reparieren, oder? Ist das immer eine Team-Reparatur? Das wäre natürlich cool. Ja. Wo seid ihr denn? Weiß ich nicht. Ja, wo seid ihr denn? Ja. Das hast du mit der Absicht gemacht, damit ich... Nein, ich kam nicht die Probe durch. Oh, Masao hat mich geschützt? Ja. Cool. Weiß zwar nicht. Der Ramses hat mich geschützt. Björn, kannst du jetzt alle sehen? Nee. Was? Noch eine Minute und er sagt jetzt Zeitlimit erreicht? Was? Blaues Team Seen. Also bei mir war jetzt gerade Dings. Dings? Hm. Er hat gerade noch gesagt, noch eine Minute. Ja, und dann warum? Genau. Das war bei mir vor einer Minute. Ach, deswegen hast du woanders gespielt. Du warst schon eine Minute vor uns. Ja, genau. Aber Björn hat auch genau gar keine Punkte bekommen. Nee, gar keine. Wir probieren das nochmal. Genau. Oder soll jemand anderes mal einladen? Na, jetzt probieren wir es. Okay. Einmal geht noch. Einmal geht noch. Einmal ohne Björn geht noch. Genau. Aber es lief doch gut ohne Björn. Ah, die Map, die ist auch gut. Du bist ein Blauer. Ich bin ein Blauer. Was? Blau wäre ich jetzt wirklich gerne. Nee. Schon so lange her. Adam. Äh, Björn? Oh. Du hast bei mir gerade einfach irgendwo gegen der Wand gestanden. Ist Björn wieder dabei jetzt, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Also Janka fliegt kreuz und quer, aber das heißt ja nichts. Ja, ich fliege kreuz und quer. Ja. Schießt noch auf mich. Können Sie doch bitte umgeheißen. Nein. Heute nicht. Krasse Sache. Oh, Björn schießt. Haben Sie schon mit? Er fliegt immer in der Wand, bevor ich nicht fliege. Ah, komm doch. Der Wendekreis ist viel zu klein. Welcher? Äh, viel zu groß. Was denn? Von meinem Puffus. Ich weiß es nicht. Der, der Warbird. So, Jungs. Jetzt aber. Schluss mit lustig. Bis jetzt habe ich euch geschoben. Okay, jetzt, jetzt, jetzt heißt es warm anziehen. Ja, und ich fusch nicht. Oh. Ich wollte gerade abschießen. Ich wollte gerade abschießen. Gerade. Ja, ja. Die Rakete war schon im Lauf. Wo bin ich denn hier? Warum ist hier kein Powerboost irgendwo, Adam? Nein! Geh weg! Autsch. Bist du aber ein Schwein. Göttchen? Ja? Der spielt für sich. Hab ich dich getroffen? Nee. Also doch da. Da brauchen wir die Munition gar nicht verschwinden. Verdammt. Der trifft nicht. Du hast mich nicht getroffen. Aber ich kann ihn anvisieren und alles. Das kann ich auch, aber... Du hast mich nicht getroffen. Oh, Martin, wir schwingen ja voll. Die Raketen explodieren auch bei ihm, aber... Das bringt nicht viel. Nein! Immer muss Björn sein eigenes Süppchen kochen, ja. Das ist so nicht. Findest du das okay so, oder? Ja. Du kannst doch einfach sagen, wenn du nicht mit uns spielen willst. Richtig. Nee, das ist... Du musst nicht so tun, als ob. Verdammt! Wow, die Wand. Wo kam die denn her? Siehst du, jetzt merkt man wirklich, dass Björn fehlt, ja. Ach, eben... Ach, auf einmal! Genau. Wie ließ es noch? Oh, glaub doch, ganz gut. Oh, keine Wand. Ach ja, du machst es sehr beliebt bei deinen Mitspielern. Das Gute ist, dass ich ja unbehelligt... Kann ich euch eigentlich heilen? Verdammt! Bist du eigentlich einfach gegen mich geflogen? Nein, ich habe eine EMP... Eine EMP gezündet. Sauerei. Nein, das war gezielt. Gezielte Sauerei. Kann man so sagen, vielleicht. Soll mir auch recht sein. Warum sterbt ihr alle nicht? Boah. Sprach, Bianca. Ach ja. So eine Unsterblichkeit ist schon nicht schlecht. Von wem? Von Björn, ja. Von mir. Wo seid ihr denn? Hinter dir? Nee, hinter mir aber wahrscheinlich. Oi, oi, oi. Oh, 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 oh. Oh, Ingmar. Und Björn versucht, am nebenzubleiben, richtig? Der Brache ist süß gekriegt. Das rote Team geht in Führung. Das rote Team geht in Führung. Wir waren doch die ganze Zeit in Führung, oder nicht? Nee. Eigentlich schon, ja. Nee, kann ja gar nicht sein. Ich bin ja im blauen Team. Jawohl. Da hat es aber jemand auf mich abgesehen, glaube ich. Unsterblich, sag ich dazu nur. Unsterblich. Ja, mit Tilt halt. Ach so. Mit Tilt bin ich auch nicht unsterblich. Ja. Das kann nur Björn, denn Cheater. Nur noch eine Minute. Noch eine Minute. Bin ich, Cheater. Zwei, eins und Ende. Tatsächlich. Der spielt wirklich eine Minute voraus. Gleich. Warum steht bei mir gleich? Bei 6,55. Gleich. Oh, ich habe einen Skin freigeschaltet. Ich habe 40 Punkte. Wie hast du das geschafft? Boah, ich habe... Marzi, du hast unser Team gerettet. Doch, unentscheidend. Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich glaube, wir müssen dann jetzt... Ich habe wahrscheinlich noch weniger gemacht. Wir müssen wahrscheinlich jetzt noch mal einladen, oder? Sonst spielt der Björn immer für sich selber hier. Wir machen mal hier... Warte mal. Ich lade mal noch mal ein. Na gut. Ausnahmsweise. So, was machen wir denn jetzt hier? Wir haben Zuschauer von Björn auch mal was gesehen. Also, dass Björn mal mitmachen kann, machen wir mal hier... Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Machen wir mal so. Und dann... Das sehen die jetzt nicht während der Aufnahme. Genau. Das funktioniert ganz gut. Wo ist denn hier? Pagetown da. Freunde einladen. Mega spannend. Und zwar das... Ja, ja. Ich erkläre das für alle. So und so. Ja, ich höre, wie du das erklärst. All professionell. Und jetzt, wie durch Zauberhand macht es gleich plopp, plopp. Und dann müssten... Da siehst du, ist der Björn. Und, und... Und ja, ist das falsche Team. Was soll denn das? Und jetzt fehlt noch... Wolltet ihr ja nicht. Ramses fehlt, ne? Ja, ich kann nicht einladen. Warte. Na, Ramses. Mazzaro wird jetzt runtergestuft. Oh, Feiertops auch? Hallo? Oh, nee, nicht verlassen. So. Bin ich mal gespannt, ob ich jetzt alleine spiele. Zumindest kannst du auf alles feuern, was du siehst. Yeah. Das mach ich aber auch mit dem Björn dabei jetzt. Ja, auf mich wollte ich ja vorhin auch schießen. Oh, jetzt geht sie los. Drei, zwei, eins, null. Und Zündung. Risiko. Möchte ich in mein Kabel? Hallo? Nein. Hallo, Kabel. Wo ist mein Kabel? Oh, nein. Doch. Du bist ein blauer. Du bist ein roter. Hat er das gerade wirklich gesagt? Ja. Du bist ein Komi. Drei, eins, das Match beginnt. Das Match beginnt. Wo flieg ich natürlich direkt mal freiwillig hin? In den Tunnel. Ich gehe kaputt. Und die Kurve nicht. Ja, hat die Kurve nicht gekriegt. Tunnel lohnt sich das jetzt. Jan, siehst du uns jetzt? Blau, rot, rot, rot. Hallo? Sehr schön. Äh. Hat er gesagt mir gerade, Teamwork sei entscheidend jetzt hier. Hat er mir auch gesagt. So ein Quatsch. Echt? Ja. Wer soll das denn glauben? Echt, ey. Teamwork. Sowas von 90er. Sag mal, die Map ist aber klein, oder? Nein. Ja, irgendwie schon. Die geht hier oben weiter. Hier hinten rüber. Guck mal, die ist zweigeteilt durch den... Und dann kann man die Röhre sowieso auf die andere Seite. Das blaue Team geht in Führung. Das blaue Team. Tschüss, Janka. Mano. Mit Ansage. Yeah. Aber habt ihr so viele Punkte? Jan, mach doch mal was. Ich mach hier die ganze Zeit. Das rote Team ist kaputt. Ich glaub, Björn hat mehr Punkte gemacht, als er nicht mitspielen konnte. Sag mal, ich glaub, das Team ist kaputt. Boah, ist das rucklich hier, die Map? Also die Map ist irgendwie... Wow. Ist nicht so optimal. Repariert! Oh, das war's gut, Entschuldigung. Ja, wunderbar. Nein, ach Mist, von vorne noch. Oh, Janka von hinten, der Ramse ist von vorne. Oh, okay. Das fällt dir doch. Sandwich. Oh. Ich hab dir in die Wand geflogen. Die haben mich nicht kommen sehen. Ich drehe hier jetzt einfach meine Kreise und referiere mich ständig. Dann ist es nicht hilfreich. Ich hab bestimmt viele Punkte. Ich krieg's ne extra Punkte für konsequent. Nein! Ja, war ein Pfeiler im Weg. Oh Mann! Oh, Meme-Sucher. Warum das denn? Was? Welcher Meme-Sucher? Hab ich gerade bekommen. Das ist vielleicht, was du am meisten mitgenommen hast. Wahrscheinlich. Das würde Sinn machen. Mano, komm schon! Mann! Ich treffe einfach nichts. Ich treche ja nur meine Kreise. Na, Björn. Björn will ich nicht abschießen. Ausnahmsweise. Triffst du deine Kreise? Ja, Archimedes. Archimedes. Nein, nein. Tschüss, Björn. Aber ich bin abgestürzt. Ach so. Scheiße. Ich habe nicht abgestürzt. Wie hast du das überlebt, Janka? Weiß ich nicht. Mann! Stürb doch mal irgendjemand! Das soll doch nicht sein! Die haben schon mehr als doppelt so viele Punkte als wie wir. Als wie wir, ja. Als wie wir. Ich treffe auch nichts. Ach, du triffst, du triffst. Ich triffst. Wer baut denn da auch? Die machen uns voll nieder. Ja, du klatschst dann auf Beifahrt. Yeah! Selbstmord. Oh! Oh, das ist nicht meins! Ist gar nicht meins. Die Map ist doch gut. Dann muss ich üben. Ja, hier kann man nicht so schön rumfliegen wie bei den anderen Maps. Ja, hier muss man ein bisschen fliegen. Du hast die Arena verlassen. Kehre jetzt zurück. Tschüss, Janka. Schmoll. Oh. Nicht Schmoll nicht, sondern Tubert. Was soll ich denn machen? Ich treffe ja nie jemanden. Ja, dann probieren wenigstens. Ich probiere doch. Ach, gar nichts. Du Burst in der Nase. Woher weißt du das? Ja, ich habe keinen Bock mehr. Ich spiele nicht mehr mit. Ich bin nur alleine. Ich wollte gerade sagen, ob wir eine Spoolt-Hauskund diesmal schaffen. Ich habe aber dann erst nachher zurückgefutscht. Was? Haben wir die tausend Punkte geschafft? Noch eine Minute, sagt er. Drei, zwei, eins. Nee, nee. Diesmal funktioniert es richtig. Wir werden so weggeschnackt gerade. Ja, wir sind ja auch so lecker. Ich habe auch. Tschüss. Du sagst mir einmal treffen irgendwie. Ja. Immerhin. Dein Team hat das Punktelemit erreicht. Gleich. Es gibt einen Punkt in der Mitte. Toll. Tschüss, Janka. Warum triffst du mich immer? Zielen. Warum starte ich jetzt hier? Zufall. Was war denn der Scheiß? Oh, nee. Immerhin noch einmal. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Ein. Oh, ich konnte nur eine Sekunde spielen. Zeitlimit erreicht. Ja. Das lief ja gut. War voller Erfolg. Hey, ich will es weiter. Das war eine schöne Map. Die haben wir aber gut. Ich habe mehr Punkte als Björn. Ja, du hast doch nicht mitgemacht. Ja, was hast du denn dann gemacht? Ich musste dich retten. Ich habe dich einmal geheilt. Wow. Geil. Repariert heißt das. Genau. Mal gucken. Mal gucken, ob sie in der nächsten Folge auch wieder geheilt wird. Ich glaube, das macht er nicht nochmal. Nee. Ansonsten machen wir hier einen kleinen Break. Kann ja mal gespannt sein. Richtig. Genau. Also bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.